Wir sind hier stellvertretend für die über 30.000 Mitglieder der heutigen SP. Aber nicht nur für Sie. Wir vertreten auch die hunderttausende Genossinnen und Genossen, die im Laufe der Geschichte unserer Partei sich für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden eingesetzt haben. Musik 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 Die Energie, die wir dafür brauchen, bekommen wir von dem Strom, gegen den wir schwimmen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018